Hallo an alle! Ich habe gerade eben ganz frisch das neue P2-Sodiment gesichtet. Also heute ist Freitag, aber das Video kommt wahrscheinlich erst Samstag online. Und ich habe mir ein paar Sachen mitgenommen und dachte, dass die euch vielleicht interessieren und wollt ihr euch deswegen mal zeigen. Ich habe zwei Lippenprodukte mitgenommen. Einmal den Couture Lip Polishes & Stain? Plus Stain? Oder nur Stain? Ja, Plus Stain. Und den 24-Hours Lip Designer. Dann den Perfect Eyes Eye Corrector und natürlich ein der Sand Style Lacke. Die Theke wurde gerade erst aufgebaut, also manche Sachen waren auch noch nicht drin, beziehungsweise gab es von gerade alles, was Lidschatten war, waren noch keine Tester drin. Das war ein bisschen schade. Aber doch ganz interessante Farben und ich glaube, ich schaue dann mal in ein paar Tagen nochmal rein und dann werde ich vielleicht ein oder zwei der neuen Lidschatten mal ausprobieren. Jetzt bleibt es erstmal bei denen hier. Da gab es auch keine Tester. Ich habe es einfach mal auf gut Glück genommen. Ich muss aber sagen, so viele Farben haben mich gar nicht interessiert, gerade bei den Lippenprodukten. Weil das sollen ja doch recht deckende Produkte sein. Beide Fälle, der Gloss und auch der Chubby Stick Tube sozusagen. Und ja, das finde ich... Also es gab dann halt sehr helle Farben, aber eine sehr helle, sehr deckende Farbe finde ich trotzdem... Ist immer so ein bisschen kritisch. Also so ein helles Orange brauche ich dann auch nicht auf den Lippen, wenn es ein bisschen schier wäre. Na gut. Fangen wir einfach mal an mit den 24-Aus-Lipp-Designers. Sie nennen es zwar auch selber Chubby Stick, aber ich habe schon auf einigen Blogs gelesen, dass sie doch relativ, ja, deckend sein sollen. So semi-matt, also aber nicht unbedingt austrocknen. Werden wir mal sehen. Ich habe mir die Farbe mitgenommen. Stylisch Plateau. Das ist die 030. Ein relativ, ja, grelles Rot, also so ein Orange-Rot. Und ich muss sagen, also die ganzen Verpackungen spiegeln sehr, 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 sehr stark. Was an sich zwar ein bisschen edel aussieht, aber mich gerade irgendwie ein bisschen nervt. Also irgendwie hat man immer Schwierigkeiten, das mal so lesen zu können, ohne dass irgendwas total überspiegelt ist. 24 Monate haltbar nach dem Öffnen. Ich weiß nicht, wie viel enthalten ist. Stand es irgendwo? Nein, steht nirgendwo. Und gekostet hat der 2,95 Euro. Finde ich, ist ein angemessener Preis. Schauen wir mal, wie die Qualität ist. Ihr seht, das ist jetzt, der ist so spitz zulaufend. Wahrscheinlich soll man den dann zwischen die Lippen sozusagen stecken und dann nachziehen. Finde ich ein bisschen komisch, aber na gut. Und wenn ihr den dann ein bisschen rausdreht, ist der dann noch verjüngt und wird dann dicker. Ihr könnt ihn also rausdrehen, müsst ihn nicht spitzen. Das ist schon mal super. Und Sophie ist drin. Ich habe ihn jetzt komplett rausgedreht für euch. Ist doch eigentlich auch eine ganz gute Portion. So, und jetzt bin ich mal gespannt auf den Swatch. Er ist noch unangetastet, wie ihr sehen könnt. Ich swatch ihn mal hier auf dem Unterarm. Und er gibt doch relativ gut Farbe ab. Aber nicht so deckend, wie ich ihn jetzt erwartet hätte. Aber eigentlich, ja, angenehm. Er ist wirklich so semi-matt, wie schon angekündigt. Und fühlt sich auch ganz leicht an. Ob er jetzt natürlich austrocknend ist, kann ich euch noch nicht sagen. Dafür müsste ich ihn erstmal auf den Lippen testen. Das ist echt eine schöne, strahlende Farbe. Wenn es fokussieren würde, könnt ihr das sehen. Ja, ich bin mal gespannt darauf, wie er sich macht. Aber doch definitiv intensiv und deswegen auch überhaupt nicht mit den Chubby Sticks von Clinique zu vergleichen. Die sind ja eher schier umpflegend. Obwohl es ja jetzt auch die Chubby Sticks Intense gibt. Vielleicht ist das ja dazu eher ein Dupe. Aber, ja, mal schauen. Der wird es bestimmt auch bald Vergleichsposts geben. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann habe ich noch mitgenommen einen der Couture Lip Polish Plus Stain. In der Farbe 060 Spotlight On. Oder Spotlights? Spotlights On. Sechs Monate? Nein. Nein, das ist einfach nur eine andere Zahl. Irgendwie klappt das Fokussieren heute nicht so richtig, oder? Ah, jetzt. Hm. Und hier sind sieben Monate da drin. Hier steht wieder eine Angabe drauf. Und zwölf Monate haltbar nach dem Öffnen. Und es soll ja ein Dupe sein zu den YSL Lip Stains oder Lip Gloss Stains. Ich weiß gerade nicht, wie sie richtig heißen. Und auch L'Oreal hat ja solche. Und der Applikator ist doch relativ groß im Vergleich zu normalen Applikatoren. Tragen wir ihn mal auf. Und er ist wirklich sehr, sehr deckend für den Lip Gloss. Aber auch ein bisschen unregelmäßig im Auftrag. Also vorne habt ihr ganz viel Farbe und weiter hinten weniger. Äh, naja. Das ist vielleicht ein bisschen zu bemängeln. Aber ich glaube, das kriegt man schon hin. Huch. So. Und ich kann euch ja mal daneben meinen L'Oreal Shine Can Ress Lip Gloss rutschen. Der ja so ähnlich sein soll. Sieht so aus. Kostet auch gute 11 Euro. Also ich glaube 10,95 Euro oder sogar 11,95 Euro. Oh Gott. Ich weiß es gerade nicht. Das ist die Farbe Bonnie. Und ihr seht, die sind sich doch sehr ähnlich. Ich würde fast sagen, der von P2 ist ein bisschen deckender. Und die sind beide relativ glossy, aber dennoch sehr, sehr deckend und sollen halt auch die Lippen einfärben. Ich finde, der von L'Oreal trocknet ein bisschen aus. Aber jetzt nicht über den Tag, sondern einfach abends, wenn man den dann runter nimmt oder wenn er dann weg ist, merkt man, dass die Lippen leicht ausgetrocknet sind. Und da bin ich ganz gespannt darauf, wie das bei den P2 Produkten ist. Auf jeden Fall schon mal eine coole Sache und auch echt eine tolle Farbe. Also obwohl sie jetzt doch gar nicht mehr so tomatenrot ist, sondern schon so einen leichten, ganz, ganz leichten Blaustich hat. Also es ist gerade so ein Mittelding zwischen kalt und warm, aber doch noch eher warm. Ich glaube, die Kamera hat das jetzt nicht so eingefangen, aber ja. Dann kommen wir mal zum Nagellack, dem Sand Style Polish. Ich habe mich eigentlich nur für den roten interessiert und den auch gleich mitgenommen. Das ist die Farbe 040 Lige und der hat gekostet 1,95 Euro und es sind enthalten 11 Millimeter und 36 Monate haltbar nach dem Öffnen. Und habe ich euch überhaupt den Preis für den Gloss gesagt? Der hat gekostet 3,25 Euro. Ist im Vergleich zu 11 Euro, falls es ein Dupe ist, definitiv den Preis wert. Obwohl ich schon merke, dass die Preise ein bisschen angezogen wurden. Also man will sich, glaube ich, ich habe sonst immer so Essence und P2 auf eine Stufe gestellt. Und ich glaube, P2 möchte ich aber gerne so mit auf eine Stufe von Catrice stellen. Also doch die etwas gehobenere Drogeriemarke jetzt im günstigsten Sektor. Also jetzt nicht mit L'Oreal oder Maybelline oder so zu vergleichen, aber halt auch nicht mehr so ganz billig. Ja, wenn die Produkte was leisten, dann okay, aber mal schauen, ob das gerechtfertigt ist. So, ich zeige euch jetzt mal den Swatch. Den seht ihr hier. Und der kommt dann doch pinker rüber. Also ich finde es eigentlich schade, ich hätte ihn mir rötlicher vorgestellt oder wollte ihn gern rötlicher haben. Ähm, geswatcht ist er dann doch sehr pink. Das ist jetzt aber auch erst nur eine Schicht. Machen wir mal noch eine zweite Schicht drauf. Kann sein, dass das ändert. Oder ich kann euch vorher nochmal die Textur so zeigen. Jetzt schon angetrocknet. Ihr seht, dass das so ein bisschen, ja, halt gröber ist. Sand-Style. Aber so extrem finde ich jetzt auch nicht. Also das ist jetzt so die absolute Neuerung. Es ist halt jetzt der absolute Trend. Kiko hat solche rausgebracht. Ich glaube, ursprünglich hat OPI welche rausgebracht. Eine Mariah Carey-Kollektion. Und ja, aber ich meine, für 1,92 geht das schon. Und tragen wir mal eine zweite Schicht auf. Die sieht jetzt aufgetragen doch schon etwas rötlicher aus. Also kann sein, dass man da einfach zwei Schichten braucht. Und ihr seht, am Anfang ist es noch relativ glossy. Aber dann langsam, wenn es antrocknet, kommen dann die Sandkirnchen raus. Ich lasse ihn nochmal trocknen. Zeige ihn euch nochmal am Ende. Darf ich nur nicht vergessen, wie ich das gerne mal tue. Ich habe das Gefühl, ich sage voll auf, das zeige ich nochmal am Ende. Und habe ich es immer wieder vergessen, wenn ich mir das Video anschaue. Und ich denke, ah, okay. Ja, und kommen wir mal zum letzten Produkt. Das ist der Perfect Eyes Eye Corrector. Und ich bin ja immer auf der Suche nach irgendwelchen Sachen, die mir versprechen, Augenfälchen zu minimieren oder das zu ebenen für den Concealer. Und der hat gekostet, der war relativ teuer, glaube ich, 3,45. Also habe ich als doch recht teuer für dieses Produkt empfunden. Aber na gut. Und ich mache es jetzt gleich mal hier auf der Hand, weil ich da ja auch so ein paar Fältchen habe. Und das ist ein ganz transparenter Stift, der einfach nur ein bisschen die Fältchen ausgleichen soll. Und ich finde, man sieht schon so ein bisschen diesen weichzeichnenden Effekt, oder? Also wenn wir jetzt das mal so hier nah ranhalten. Also das ist jetzt kein Wundermittel, aber so ein bisschen schon. Ich bin gespannt, wie er sich am Auge macht. Der hat auch eine Farbbezeichnung. Beautiful Me. Aber es gibt nur eine Farbe. Und es sind 3 Gramm enthalten und es ist 12 Monate haltbar nach dem Öffnen. Und es sieht dann rausgedreht so aus. Also ihr habt dann circa so viel. Ich denke mal, das ist dann schon okay von der Menge. Ja, so. Das waren jetzt die P2-Produkte. Ich bin super gespannt, jetzt die Lippenprodukte auf den Lippen zu testen. Vielleicht gibt es dann auch wieder ein Getestet-Video zu, wenn ich das dann gemacht habe. Den StenStyle-Lack werde ich, glaube ich, auch die Tage mal lackieren. Und ja, den Perfect Eyes Corrector möchte ich auch testen. Also das sind alles Produkte, die ich echt erst testen muss, weil sie auf den ersten Blick zwar schon interessant wirken, aber man ihren wahren Gehalt erst später merkt. Aber ich kann euch nochmal kurz den Gloss zeigen. Seht ihr, dass der irgendwie, also der hat sehr viel von seiner Glossy-Eigenschaft verloren, sondern sieht jetzt eher aus wie ein Liquid Lipstick oder so. Und auch ein bisschen unregelmäßig. Naja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Melde mich dann nochmal, zeige euch jetzt nochmal den Nagelackspot. Ich habe es nicht vergessen. Ihr könnt jetzt nochmal sehen, diese raue Oberfläche. Aber ich kann da mal drüber gehen, ich hoffe, es ist schon trocken, ja. Es ist schon rau, aber jetzt nicht so super krass rau. Ich habe aber auch schon auf vielen Blogs gelesen, dass man nicht mit seinen Klamotten dran hängen bleibt. Also gerade bei Wollsachen ist das ja immer so ein bisschen ein kleines Problem. Aber anscheinend muss das ganz gut gehen, muss das ganz gut funktionieren mit denen. Okay, dann, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Alle, die auch schon auf die Produkte warten, denen drücke ich natürlich die Daumen, dass sie sie bald entdecken. Und schaltet doch auch morgen wieder ein. Also von heute aus gesehen eigentlich übermorgen. Aber da das Video Samstag hochkommt, schaltet Sonntag nochmal rein. Denn dann gibt es eine neue Kategorie auf meinem Kanal, die sich Cosmetik Battle nennt. Und da könnt ihr schon ganz, ganz gespannt drauf sein. Also dann, viel Spaß auf der Suche nach den Produkten. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.